Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe die Tür aus Versehen geöffnet, als ich das Spiel quasi wieder gestartet habe, weil ich davor stand und A gedrückt habe. Also, vergessen wir das. Ich habe die Tür nicht geöffnet. Das sah nur so aus. Ihr habt euch gerade optisch getäuscht. Ja, wir gehen dann mal einfach in dieses Froschhaus. Das ist sehr interessant. Das sieht hier aus, als könnte man hier so Luftschifffahrten machen oder sowas. Gehen wir einfach rein und schauen uns mal um. Aha, das ist so ein Tropfen Informationsdings. Das kenne ich. Da steht eine Fackel. Das da oben sieht aus wie einer von den Wächtern. Und hier haben wir Pura. Ein extrem knuddelig, hübscher, süßer Charakter. Hallo Pura. Ah, Ihre Ausrüstung. Ich nehme an, Sie sind auf einer Reise. Das hier ist das Hateno-Institut für Antikenforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Äh, ja, genau. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Danke, Pura. Wow, okay, das ist voll gestopft mit Büchern. Hier würde ich mich wohlfühlen. Ähm, hi. 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 Guten Morgen. Ich wette, so viele Bücher in deinem Ort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele sind es? Schwer zu sagen. Was du da am Gürtel trägst, ist das etwa ein Chica? Ohne Zweifel, ein echter Chica-Steiner. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Modul er besitzt. Ähm, äh, dö, 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 dö. Ich hoffe, er versteht's linkisch. Ein Stasis-Modul, ein Magnet-Modul, oh, Bomben-Modul, ein Kyro-Modul und was noch, was noch? Soll alle Module, verstehe? Moment mal, das ist aber kurios. Besitzst ja denn nicht etwa die Basis-Module? Wir müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh, ich bin vielleicht ein Esel. Das habe ich ganz vergessen, nicht vorzustellen. Mein Name ist Simil. Und du bist Link, oder? Ja, du kennst mich, na gut, die Legende und so, bla, bla. Impa hat mir alles erzählt. Sie sagt, wenn ihr ein Lüngling mit Chica-Steinen... Jüngling meine ich nicht, Lüngling ist ja auch völlig egal, ihr auftaucht. Sollen wir ihm helfen, wo es nur geht? Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name sei Link. Da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin, Frau Direktorin! Da ist ein waschlechter Chica-Stein. Ach, du bist gar nicht der Direktor. Oh je, ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie steht direkt dort. Das ist die Direktorin des Htn-Instituts, die größte Expertin auf dem Gebiet der Antikenforschung. Pura. Haben Sie doch gesagt, der Direktor wäre. Juppi, juppla, Karabata! Ich bin Selbstwissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ihr habt das Gefühl, dass sie mich als Assistenten angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber... Nein, nein, du sollst es aus ihrem Mut hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Danke, dass du aufgehört hast zu reden. Denn meine Stimmenmänner sind jetzt kaputt. Sie erinnert mich ein bisschen an Edna aus, äh, die Unglaublichen, The Incredibles. Nur halt in weißhaarig. Ich muss mir die Haare dann auch weiß machen, weil ich... Das ist ja mein alter Ego immer gewesen, ne? No capes! No capes, boys! And girls. And something... Apache Helicopter, other thing... Ach, das ist doch völlig egal. Politik, correct, nur seid ihr im Kern. Da bist du drauf, was? Nicht Zimmin ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Katika! Alles klar. Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Da hast du jetzt unversehen vor mir stehst, dass wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nein, ich habe meine Erinnerungen verloren. Was? Ich bin bestürzt! Meine Welt breit gerade zusammen! Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Strein des Lebens gebracht, als die Verheerung Ganon dich erwischt hat. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich? Nein, tut mir leid. Hm, wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen deine Erinnerungen flöten. Gleich mal notieren. Doof. Das nächste Mal passiert mir das nicht. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Du bist ein Kind. Und vor 100 Jahren... What? Und Verschämtheit! Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment. Oder, naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft. Nicht gelesen. Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren, ne? Wird unser Held die wiedererstarkte Verheerung Ganons besiegen können? Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verlorengegangenen Basismodule deines Schikasteins zu aktivieren. Ja, Welt retten, Zelda retten, Ganon töten, I got this! Ja, das wäre die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, die Sache für mich zu erledigen. Hä? Was schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde den Schikastein einfach umsonst für dich reparieren. Natürlich nicht. Oh, für so einen jungen Kerl weißt du ja ziemlich genau, wie der Hase läuft. Obwohl, eigentlich bist du ja auch über 100 Jahre alt. Naja, gut. Dann erklär ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale. Leider ohne Feuer. Also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blauen Flammen aus dem Flammen bohren? Äh, also Flammen bohren. The Flame bohren. Naja, ist auch egal. Oder dann mit der Feuerschale draußen anzünden? Dann wird das Leitsteinchen aktiviert. Du kannst die Feuermodule wiederherstellen. Und fertig ist die Laube. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme. Okay, neues Ziel. Ich muss blaue Flamme anzünden. Gut, hab's jetzt was vor. Alles klar. Blaue Flamme, blaue Flamme. Welche blaue Flamme? Was für eine blaue Flamme? Ach, das muss dann hier rein? Und das wird dann damit betrieben. Heißt, ich muss... Ich brauch... Moment, blaue Flamme. Ich muss nochmal mit ihr reden. Blaue Flamme. Welche blaue Flamme, wo zum Henker ist die... Wie auch immer die Tür auf? Ja, das ist die blaue Flamme, bitch. Nika, Tika. Kann ich dir helfen? Flammenborn? Der Flamme befindet sich auf einem Hügel hinter dem Haus von Riedner. Wenn du das Institut verlässt, geh nach links bis zur Klippe, blick mal durch das Fernglas des Shikasteins. Haltet die Augen nach blauen Flammen offen, dann findest du den Flammenborn unten im Handumdrehen. Aha. Blauen Flammen vom Flammenborn zu holen, kannst du eine Fackel verwenden. Da am Eingang müsstest du eine finden, meine ich, du kannst sie gern haben. Und ich möchte noch so viel mehr über sie erfahren. Oben ist ja ihr Tagebuch, das ist bestimmt mega spannend. Dann geh ich einfach mal hoch, in der Hoffnung, dass sie mich nicht haut, wenn ich ihr Tagebuch gelesen habe. Ach nee, das ist ja gar nicht... Hä? Moment, was? Wo soll das sein? Ah, hier. Nee, Shika-Sensorbericht. Der Shika-Sensor ist eines der grundlegenden Module des Shikasteins. Mithilfe eines Tons führt der Nutzer... Ja, das weiß ich. Das kenn ich. Ja, das weiß ich. Sonst noch irgendwo muss ich dann gucken. Ich find das noch. Erstmal muss ich mich jetzt um den Flammenborn kümmern. Stimmt ja, da oben ist ja auch nochmal... Ah. Warten Sie, warten Sie. Dann gehen wir hier mal nach oben. Dann gucken wir uns mal hier um. Oh Gott, das wird ganz... Also die Treppen sind so hoch, da muss jemand die liebe Pura hochtragen. Ach, ist das süß. Kann ich das benutzen? Anscheinend nicht. Schade. Wie süß mit dem kleinen Sonnenschirmchen, um hier die ganze Zeit lang ein Auge auf alles haben zu können. Muss das Ding da oben auf dem Haus sein? Ich frag nur aus Sicherheitsgründen. Ich glaub, sie sammelt das Zeug. Antike Schrauben hätte ich auch zu Genüge. So, dann lesen wir doch mal. Huch. Kalt ist mir hier oben auch. Entwicklungstagebuch für das Modul Jungbrunnen streng geheim. Zero Monat X Tag. Heute beginne ich mit der Entwicklung des neuen Moduls Jungbrunnen. Wenn das Projekt gelingt, werden wir Veteranen verjüngen und so unsere Armee stärken können. Mit so einer Armee könnten wir uns verteidigen, wenn die Verheerung Gannon wiederkehren sollte. Nicht nur Soldaten, auch Arbeiter aller Art könnten auf diese Weise verjüngt werden. Nicht nur für militärische, sondern auch für zivile Zwecke könnte dieses Modul einen großen Nutzen darstellen. Unendliches Leben. What the fuck? Die Beta-Version des neuen Moduls Jungbrunnen ist fertiggestellt. Ich hab diese Funktion sofort einem selbst hergestellten Schickerstein hinzugefügt. Ich selbst war das erste Testobjekt. Simon hat das Modul aktiviert und auf mich gerichtet. Nach 20 Sekunden Bestrahlungszeit fühlte ich mich erschöpft und fiebrig, weshalb wir das Experiment abbrachen. Ich werde heute früh zu Bett gehen. Die Analyse des Ergebnisses des Experiments wird bis morgen warten müssen. Zweiter Tag nach Entwicklung des Jungbrunnen strahlen. Die starke Müdigkeit des gestrigen Tages ist verflogen. Mein Blick in den Spiegel fiel mir auf, dass meine Haare bis zum Boden reichen und meine Falten verschwunden sind. Der Jungbrunneffekt ist tatsächlich eingetreten, nur seine Geschwindigkeit weicht von meinen Berechnungen ab. Sofort wecke ich Simmen und ließ mich eingehen, untersuchen. Größe, Gewicht, Sehkraft, Bluttests, Elektrokardiogramm, Knochendichte. Mann, das entspricht einer 50-Jährigen. Das bedeutet, in nur einer Nacht habe ich mich um mehr als 70 Jahre verjüngt. Ich hoffe sehr, dass ich morgen früh als Embryo aufwache. Dritter Tag nach Einwirkung der Jungbrunnen strahlen. Beim Aufstehen fühle ich mich voller Energie. So gut habe ich mich seit Jahrzehnten nicht mehr gefühlt und so gut habe ich auch schon lange nicht mehr geschlafen. Sofort eile ich zum Spiegel und der Blicke in ein längst vergessenes Gesicht. Simmen untersucht mich erneut. Die Werte entsprechen heute denen einer 30-jährigen Sheikah. So jung war ich, als ich nach der großen Verheerung die Forschung wieder aufnahm. Damals begannen meine Studien zur Entwicklung von Modulen wie dem Sheikah-Sensor. Als ich diese Arbeit abgeschlossen hatte, war ich bereits 80. Ich plane, diese Module dem Ritter zu geben, wenn er wieder erwacht. Ich bete, dass er damit Ganon besiegen wird, der Prinzessin Zelda verschlungen hat. Das klingt so brutal. Vierter Tag. Untersuchungen heute Morgen ergaben, dass ich mit dem Körper einer 20-jährigen Sheikah aufstand. Wie zu erwarten ist, sehe ich wieder so aus, wie vor 100 Jahren als Ganons Verheerung uns heimsuchte. Ganon. 10.000 Jahre lang war die Welt verschont geblieben, doch vor 100 Jahren entlud sich die angestaute Kraft. Tod und Zerstörung. Die Erinnerungen schmerzen noch heute. Schloss Hyrule. Prinzessin Zelda. Wir verloren alles. Nein, nicht alles. Vor 100 Jahren wurde ich gerufen, um die Wunden eines übel zugerichteten jungen Mannes zu versorgen. Dieser Mann hieß Link. Link. Der jüngste Mann, der in Hyrule je zum Leibgardisten ernannt worden war. Ein feminomenaler Schwertkämpfer der Prinzessin Zelda persönlich als Leibwächter zugeteilt wurde. Ich konnte nicht fasten, dass dieser legendäre Ritter von der großen Verheerung so zugerichtet worden war. Das Königshaus von Hyrule und wir, die Gelehrten vom Sheikah-Stamm, waren seit Eonen schicksalhaft verbunden. Doch ich hatte keine Wahl. Inmitten des Chaos brachten wir Zeldas Sheikah-Steine und den Ritter zum Schreien des Lebens. Ich versetzte ihn nun, äh, ich versetzte ihn in den nur unzureichenden forschenden Schlaf des Lebens. Mehr konnte ich nicht tun. Tag 5. Nach dem Aufstehen stellte ich in einem, äh, stellte ich einen roten Ausschlag in meinem Gesicht fest. Eine eingehende Analyse ergab, dass es sich um gemeine Akne handelte. Weitere Untersuchungen zeigten, dass mein Körper sich auf dem Stand einer etwa 15-Jährigen zurückentwickelt hatte. Simon blickt mich zunehmend an, als nehme er mich nicht mehr ernst. Was für ein unprofessionelles Verhalten. Beim Blutdast lässt er mich nicht einmal an die Nadeln, als mache er sich Sorgen, dass ich nicht damit umgehen kann. Ich frage mich, ob wir die Experimente in den nächsten Tagen fortsetzen können. Die blaue Flamme in der Feuerschale draußen wird immer schwächer. Ich hoffe, der Leitstein gibt nicht den Geist auf. Tag 6. Mein Körper hat sich weiter verjüngt und entspricht jetzt dem eines 6-jährigen Mädchens Toll. Ich bin so klein geworden, dass ich an viele Dinge nicht mehr heranreiche. Man hat es nicht leicht als Kind. Ich frage mich, wann der Ritter endlich aus dem Schlaf des Lebens auferwachen wird. Wenn er nicht bald wiederkehrt, waren meine Bemühungen, den Chica-Sensor und so weiter zu verbessern vergeblich. Doch auch wenn er erwacht, können wir uns wirklich sicher sein, dass er seinen Weg hierher finden wird? Liebsten würde ich losziehen, um Link aufzuwecken, aber ich kann das Institut nicht in Simmons Händen lassen. Im Körper einer 6-Jährigen zu leben beeinträchtigt meine Arbeit. Ich muss einen Modul entwickeln, das mich altern lässt. Die morgendlichen Untersuchungen ergaben die gleichen Werte wie gestern. Ist der Verjüngungsprozess endlich beendet? Darüber hinaus ist mein Alterungsmodul Reifeschub nun in der Beta-Phase. Es sollte durch Bestrahlung des Objekts, der in jungen Brunneffekt umkehrt, ist das zumindest die Theorie. Doch gerade als ich das Modul meinen Chica-Sensor hinzufügen wollte, stellte der Leitstein seine Funktion ein. Sofort überprüfe ich die Feuerschale draußen und sah, dass die blaue Flamme erloschen ist. Ich schickte Simmons zum Flammenborn, aber aufgrund eines Regenschaus war sein Ausflug nicht von Erfolg gekrönt. Auch ich versuche mein Glück, aber eines der Mädchen aus dem Dorf entdeckte mich. Ich musste fliehen. Wir mussten uns mit Gaslaternen behelfen und an Forschung ist nicht mehr zu denken. Was sollen wir nun tun? Ah ja, da komme ich dann ins Spiel. Ja, ja, sie braucht halt ihre Flammenborn-Schale wieder. Wo sollte ich hinblicken? Runter und dann nach links, nicht wahr? Irgendwas Blaues. Ich will mir nur gerade auch mal umgucken, was ich von hier aus alles sehe, was man hier von hier aus alles sieht. Da ist ein Schrein, da ist ein Schrein. Was passiert, wenn ich das hier kaputt mache? Gar nichts, langweilig. Was passiert, wenn ich das zerstöre? Oh, gar nichts, wie langweilig. Okay. Hinter dem Haus, hat es ihr gesagt, und dann sollte ich mich umgucken. Was ist das da? Das ist auf jeden Fall noch weiter. Aha. Das sieht verdächtig aus. Up, up and awake! Fly with me, fly with me to the moon. Und um die Hundis müssen wir uns auch noch kümmern. Ich kümmere mich jetzt, glaube ich, erstmal um die Hundis und dann fliege ich da runter. Deswegen kann man bestimmt lustige Sachen machen. Vorsichtig, lande! Lande an den Flug, piep, 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 Vorsicht! Hündchen! Ah, du kleiner Hund! Also das war die Kuh, nicht der Hund, aber das hat mich gerade des... dermaßen... desorientiert. Du magst doch bestimmt... Happa, Happa. In die Hand, guck mal. Willst du essen? Willst du was zu essen haben? Isst du das jetzt? Hast du das jetzt gegessen? Warte, ich lege es dir da hin. Geflügel, nimm Geflügel! Nimm Geflügel! Lecker, lecker! Ja, da freut er sich! Ja, wie so ein glückliches Hündchen! Ja, du süßer Spatz! Ja, Kuh, halt mal die Luft an! Ich will den Hund füttern! So, und dann noch mal, guck mal! Nom, nom, nom! Ja, da freust du dich! Weil das irgendwie so einen Riesenhaufen macht? Mich anguckt, du willst noch was haben, nicht wahr? Und guck mal! Noch mehr Nom, nom! Muss ich erst wieder rumdrehen, weil ich das ungünstig hingelegt habe. Piep, piep, piep! Hund bewegt sich! Nom, 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 nom! Ja, glückliches Hündchen! Ich hätte es ihn wieder wegnehmen können, dann wäre er mega sauer gewesen. Ja, ja, spiel! Willst du spiel? Willst du spiel? Willst du spiel? Willst du spiel? Nein, willst du nicht spiel? Warum willst du nicht spielen? Spiel mit mir, komm! Mach irgendwas Spannendes! Wie am hinterher läuft das voll süß! Kann ich dich streicheln oder sowas? Oh, er guckt so glücklich! Oh, Link und sein Hündchen! Voll cute! Ich dachte, man kann mit denen noch irgendwas machen! Irgendwie die Hoffnung, dass man mit denen noch was machen kann! Aber ich habe auch keine Stöckchen, das ich werfen kann! Magst du sowas hier? Das wollte ich nicht! Nein? Oh, das wollte ich... Warte, ich muss das mal wegblicken! Alles gut! Ganz ruhig, ist nichts passiert! Hier, guck, guck, Hündchen! Guck da! Hier! Hui! Holzstöckchen! Ähm... Nicht? Na gut. Ich dachte, mit dem Hunden kann man irgendwas anstellen! Jaja, ich kümmere mich bald um die Monster! Hui! Aber wer das da drüben sieht... Verdächtig nach... Blauer Flamme von irgendwas aus! Hier sind überall so Gaslaternen! Ich weiß nur, dass ich auf Twitter gelesen habe, dass jemand alle angezündet hat! Und dann enttäuscht war, dass... Uh! Oh, ist das schwer! Dass nichts passiert ist! Oh, da kommt wieder die wunderschöne Musik! Vielleicht hat er nicht alle angezündet! Oh nein, die pustet das ja wirklich aus! Aber ich kann das hier mit quasi immer wieder anmachen! Die wunderschöne Musik hier! Ich gehe jetzt... Oh, die Felder! Wie schön! Oh, hier war ich noch gar nicht! Mach an! So ist gut! Coole blaue Flamme! Sieht echt cool aus! Na komm! Vielleicht muss man die beiden acht alle anmachen oder so? Vielleicht passiert dann was? Fröschchen! Quack, 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 quack! Meine! Kann sich nicht bei mir verstecken! Kann ich euch auch damit rösten? Nee! Passiert nichts! Na gut! Zünden wir hier erstmal die Gaslaterne... Oh, die Feuerpartikel! Oh! Das ist hier ausgegangen! Kann ich dich dann hier dran anzünden? Irgendwie nicht so! Das ist ja doof! Ich dachte an den Gaslaternen hier... Hätte ich die Möglichkeit... Frosch! Frosch! Oh, verpasst! Hätte ich die Möglichkeit, die wieder anzuzünden? Das würde halt Sinn machen! Hm. Heißt, ich muss da so schnell es geht... Oh, es regnet! Das ist jetzt echt ungünstig! Schnell geht es aus, wenn es regnet? Instant! Gut, dann... Ähm... Muss ich wohl warten, bis es aufgehört hat zu regnen? Aber es heißt ja auch, das Wetter soll wieder besser werden? Das ist nur ein kurzer Schauer? Ich sehe nicht mal eine richtige Regenwolke. Jetzt tropfe ich nur. Okay, alles gut. Das war nur ein kurzer Schauer. Das Spiel will es mir aber auch nicht leicht machen. Gut, dann gehen wir jetzt einfach erstmal... ...den Weg da runter. So gut nur irgendwie möglich. Wenn ich kann, zünde ich hier noch alles an und so. Was? Ich hab... Oh, ich hab den B-Knopf gedrückt. Schaut den... Den da. Ich wollte springen. Wirklich sehr gut. Wirklich, wirklich gut von mir. So ein schlaues Kind bin ich. Alles klar. Einmal wieder. Wunderbar. Hoffentlich fängt es nicht wieder an zu regnen. Okay. Springen darf ich. Ja, genau. Springen darf ich. Sehr gut. Wie schnell die wohl ausgeht. Ob ich da den perfekten Weg laufen muss, um die hinzubringen? Ich weiß es ja nicht. Hier ging sie halt auf jeden Fall schon aus. Aber ich glaube, das lag am beginnenden Regen. Hoffen wir einfach mal. Ich kann die jetzt in Ruhe da hochbringen. Weil der Weg ist ja schon ein ganz schönes Stückchen. Oh, das ist sowas von romantisch hübsch hier. Was? Was für ein wunderschöner Ort. Es ist so liebevoll gestaltet alles. Ich glaube, eine richtig große Stadt werden wir nicht sehen. Weiß ich nicht. Spoilert es mir nicht. Es leckt hier so ein bisschen. Was ist los? Folgt ein Kind? Sag mal, wo kriegt man denn so ein blaues Ding? Ist das cute. Das ist so cute. Wo kriegt man denn so ein blaues Ding her? Nee, das bringt mir nichts. Brennt mir jetzt die ganze Zeit hinterher. Ich brauche auch schon eine blaue Flamme. Ja, einfach hier den Weg hoch. Schaut aber lange genug zu brennen. Das war wirklich nur wegen dem Regenwetter. Na gut, das wusste ich nicht. Ich ziehe da nicht hin. Und, ähm, dann... Boah, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ey, ich sag's eben gut. Wenn es jetzt wieder anfängt zu regnen, raste ich aus. Da mache ich ein Glendis-Bunderböckchen. Hallo, Glendis-Bunderböckchen. Andere Kind ist mir abgehauen. Oh, bitte, bitte nicht regnen jetzt. Bitte nicht regnen. Bitte nicht regnen. Bitte nicht regnen. Bitte nicht regnen. Part 333. Honey rennt immer noch versuchsweise den Weg nach oben in der Hoffnung, dass es nicht anfängt zu regnen. Jedes Mal gibt es einen Schneesturm. Ich verzichte jetzt einfach darauf, hier irgendwelche Gaslaternen anzuzünden. Und gehe straight. Straight. Zu diesem komischen Teil da. Das soll ich wohl anzünden. Wenn ich jetzt außer sich auf den B-Knopf drücke, raste ich aus. Und es windet hier so krass. Oh Gott sei Dank. Uh, damit ist die Energie auch wieder aufgefüllt. Ja, cool. Teleportziel. Wunderbar. Kann ich das auch wieder wegpacken? Und rein geht's. Tja, ich wäre dann damit mal fertig. Hast du es gelesen? N-n-n-n-n-n-natürlich nicht. Du brauchst gar nicht zu lügen. Ich hab dich durchschaut. Kleine Sünden bestraft die Götin sofort. Leitstein aktiviert. Alle Module auf dem Schikerstein wurden gelöscht. Alle Inhalte des Schikersteins wurden gelöscht. Schau es dir an. Wenn du mir nicht glaubst. Ach, Manu. Hier, guck. Scherz. Ich kann die Stimme vom Leitsteinchen gut imitieren, oder? Verwenden junge Mädchen Wörter wie imitieren? Na ja, egal. So, Pura. Hier, geht halt alles. Jawoll, ja. Vielen Dank, Link. Guck doch mal. Der Leitstein wurde aktiviert. Daran ist nichts Mysteriöses. So funktioniert er nun einmal. Mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forscher Blut und Wallung. So, die Basismodule deines Chica-Steins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los und ruf mal ganz laut. Ka, Chica, komm schon. Du brauchst dich nicht zu schämen. Ka, Chica. Ja, so muss ich das anhören. Alles klar, die Reparatur des Chica-Steins kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Nice, nice, nice. Chica-Stein erkannt. Fotomodul Hyrule-Handbuch-Album fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Uh, ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Das ist so cool. Zaubernd. Fotomodul. Ersteine ein Bild deiner Umgebung. Aufgenommene Fotos werden im Album gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografierst, wird automatisch ein Eintrag im Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Oh, interessant. Ich werde also nichts anderes machen als Fotos. Oh, okay. Ich muss die Einträge füllen, wa? Alle Tiere, alle Monster, Essen, Kampfgegenstände, Schatztrohen. Na gut, kein Problem. Das kriege ich ja nicht. Ich bin auch Fotograf vom Beruf. Also von daher, es läuft easy. Easy GG. Und fertig. Nice. Wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album. Ihr habt alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Sie sind fotografier mich, fotografier mich. Ja, alles klar. Oh, wie cool. Ja klar, speichern. Ka-Chika. Ka-Chika. Voll gut. Und, wie läuft es mit dem Fotomodus? Hast du schon ein Bild gemacht? Ich hoffe, es zeigt meine Schokoladen-Seite. Hier ist es. Uh, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon. Na ja, hier. Pura. Hm? Wer ist denn diese reizende junge Dame? Oh, ach, das bin ja ich. Tut mir leid, ich war gerade verblüfft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Na nun, neben dem Foto dieses hinreißenden Mädchens sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Ha, ich vergaß. Du hast ja das Gedächtnis verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerungen wiederzuerlangen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kannte die Prinzessin besser als ich. Hm. Ach ja, noch was. Eine Bitte, wo du schon dabei bist. Bring mir antike Materialien. Gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie mir oder zu Rubello vom Acala-Institut bringen könntest, würdest du mich richtig glücklich machen. Wenn du zufrieden heißt, ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die Antikematerialien noch etwas Feines. Dann los. Ich hab antike Materialien. Jawoll, ja. Möchtest du mir hier etwas fragen? Dein Angebot. Du hast ja das Interesse. Wenn du mir antike Materialien verbringst, kann ich deine Module verbessern. Wenn du den Schika-Sensor stärken willst, brauchst du drei antike Schrauben. Für das Bombenmodul brauchst du drei antike Achsen. Für das Stasis-Modul brauchst du drei antike Reaktorkerne. Alles klar? Dann hör auf, mich so verträumt anzusehen. Bring mir antike Materialien. Aber ich hab welche. Jawoll, ja. Falls du antike Materialien dabei hast. Ja, hier, antike Materialien. Im Autos gegen antike Materialien verbessere ich deinen Schika-Stein. Welches Modul möchtest du denn verbessern? Geilere Bomben. Du möchtest den Bombenmodul Sachen, Zeugs verbessern? Ja, drei Achsen. Ja, bitte. Hey, warte mal. Du hast ja gar nicht die möglichen Materialien. Für das Bombenmodul brauchst du antike Achsen. Oh, wir kommen hier kaum über die Runde, also warte keine Geschenke von uns. Wahrscheinlich muss ich dann erst Sachen zusammenbauen lassen. Warte. Oh nein, ich hab nur zwei Achsen und zwei Zahnräder. Dafür hab ich aber eine antike Feder. Was brauch ich aber antike Federn? Antike Materialien. Der Sensor. Nee, das sind Federn. Antike Materialien. Stasis Modul. Reaktorkerne. Nee, das bringt mir nichts aus. Den Federn kann ich wahrscheinlich irgendwas machen. Okay, gut. Dann hätten wir das erst mal geschafft. Ist jetzt kein Problem. Wir können also zu Impa mit ihr darüber reden. Wie wir unsere Erinnerungen zurückerlangen. Das sieht so verdächtig, ne? Was sieht mit vielen Apfelbäumen aus. Uhu, Apfelbäume. Ah, Apfelbäume. Ich wollte kein Foto machen, aber ich glaube, den Apfel... Hier auch mal aufnehmen. Hi, John. Album. Ich will auswählen. Handbuch. Müsste das jetzt nicht bei... Anscheinend sind es nicht die Materialien, die ich fotografieren soll. Aha, Apfel. Apfel. Moment. Selfie-Time! Kann ich nicht irgendwie eine coole Pose machen? Ich will ein Selfie machen. Ich will cool aussehen bei einem Selfie. Ach, Manu. Wie mache ich denn mal ein Selfie, mit dem ich cool aussehe? Geht doch gar nicht hier. Das muss doch... Link. Wie kann ich dann... Nee, das ist nicht cool. Link, mach was cooles, Link. Okay, das sieht schön aus. Okay. Oh, lol! Ha, ha! Ich reg dich ja gar nicht. Hm. Ho, ho! Ha, ha! He, he. Das ist schön! Ja, der Ischi-Bogen. Lol, Link, du bist auch schon... Du bist auch was Besonderes. Okay, ja, alles klar! Ähm, warte, wollte ich gar nicht. Hm, ich möchte wieder mein Stasus-Modul haben. Ach so, ja, nee, warte, ich möchte was ganz anderes machen. Hui! Ich finde jetzt so eine Tradition zu sein, dass ich immer Pakete bekomme, wenn ich es letztendlich noch selber aufnehme. Vor allen Dingen völlig egal wann. Ich meine, es ist 19 Uhr. What the fuck? Und heute war es schon mal Amazon-Post da. Ich meine, what the actually fuck? What, what, warum ist es auch immer Zelda-Inhalt? How could these happen? Es ist nicht so, dass ich das timen würde oder sowas und bestelle die Dinge. Und die Dinge kommen irgendwann mal an. Aber das hatte ich jetzt auch noch nicht. Also das war jetzt... Okay. Interessant. That's something interesting. Und zwar haben wir hier das Legend of Zelda Hyrule Historia Buch mit dem offiziellen Timelines und allen Informationen zum Zelda-Universum inklusive den unterschiedlichsten, ich weiß nicht, ob ich das gerade so vernünftig zeigen kann, den unterschiedlichsten Artworks und Informationen zu Gegnern und Kreaturen. Als wirklicher Liebhaber von The Legend of Zelda sollte man sich natürlich auch dieses Historienbuch mal gönnen. Von daher war das jetzt passend zu The Legend of Zelda Breath of the Wild ein absolutes Must-Have. Ich meine, wir haben hier... Ja, wir haben ja hier Wissen. Wir wissen, was in welcher Timeline dieses Spiel spielt. Also ihr noch nicht, aber ich weiß es schon, weil... Spoiler Thumbnails. Duh. Das ist wirklich furchtbar, ganz ehrlich. Und das war schon, das war für mich eine kleine Überraschung. Ich hatte es gehofft und da habe ich gedacht, okay, ich brauche auf jeden Fall dieses Hyrule Historia Buch, weil wenn die allerersten Hinweise kommen, und es wird nicht mehr allzu lange dauern, wenn die allerersten Hinweise dazu kommen, werden wir gemeinsam die Historie erkunden. Was war vorher? Wie waren die Spiele vorher? Wie ist die offizielle Reihenfolge wirklich so verlaufen? Und ja, jetzt müssen wir zurück nach Kakariko. Also nehmen wir die Teleportation zurück nach Kakariko. Dank des Lösungsbuchs weiß ich jetzt übrigens auch, dass Ponys sterben können. Das macht mich nie so glücklich. Aber es gibt etwas, um das wieder umzukehren. Hm. Also das Lösungsbuch spawnert nicht so direkt. Ich gucke trotzdem nur sporadisch rein. Deswegen weiß ich auch, ich habe nur das Überflogenwusste. Es gibt irgendwas mit Hunden und wir müssten noch herausfinden, was. Ich werde immer mal wieder sporadisch reingucken, dann werde ich aber auch einige Dinge, die dort in dem offiziellen Lösungsbuch sind, definitiv nachlesen, sodass wir hier keinen Content verpassen. Darum geht es ja letzten Endes. Man will ja keinen coolen Content verpassen. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich spoilere mich nicht, was die Story angeht dadurch. Und beim Gameplay kann man auch nicht immer alles herausfinden. So. Dann sind wir zurück in Kakariko. Und fliegen zurück zu Impa. Wo ist das Parasägel, bitte? Hui. Uh. Hier gibt es jeden Tag gratis Äpfel. So was aber auch. Schön. Dankeschön. Bestimmte Dinge respawnen halt einfach immer wieder, ne? Es gibt selten Dinge, die man so für immer und ewig kaputt machen kann. Da sind ja ganz viele Pilze unten drunter. Hab hier jetzt keine Zeit. Honey, focus. Focus. Er wieder so. Impa, ich hab da Fragen. Ich hab gehört, Pora hat dich für ihre Arbeit eingespannt. Aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Zeig mal her. Oh, dieses Foto hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Hm. Wenn du die Orte auf diesen Fotos auch suchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm doch einmal zu mir. Ich hab etwas, das ich dir dann geben möchte. Oh, wir haben eine neue Hauptquest. Erinnerungsfotos. Das ist eine gute Sache. Wir schauen uns die am besten mal an. Ähm, da... Ähm... Ups. Und... Bumm. Entschuldigung. So angelt man heutzutage. Ich wollte... Ich wollte diesen Knopf drücken. So, man macht den Foto-Modus. Hier ist das Album. Das sind die Orte. Gibt es welche? Den, der ist zu nah am Schloss. Das könnte jeder Wald sein. Mh... Das ist ein wunderschöner Göttinnenschrein. Wow, was für Aussichten. Zelda macht echt gute Fotos. Das sieht aus wie ein kaputter Schrein. Gibt es noch mehr? Nur die, die ich gemacht habe. Ähm... Ähm... Am sinnvollsten zu sein. Mit dem Handbuch. Äh... Können wir... Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Ich wollte... Moment. Warte, was? Karte. Ich brauche die Karte. Wo war... War der Album Karte da? Ähm... Was ist hier los? Achso, das war der Stall am Fluss. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich hier auch noch die Karte aufdecken können. Und dann hieß es ja, da gibt es eine große Brücke. Die muss ja dann irgendwo... Wir wollten ja sowieso noch hier zum Meer hin. Dann könnten wir uns hier Stück für Stück umgucken. Was ich jetzt auch wieder... Ich will den Schika-Sensor wieder einschalten. Schika-Schreine. Gehen nur Schika-Schreine. Na gut. Ähm... Wir können ja noch mal zurück nach Hateno. Weil wir haben jetzt mit Impa geredet. Vielleicht hat sie ja noch ein paar Hinweise für uns. Und ansonsten werden wir es sehen. Dann schaue ich mir das noch mal ganz in Ruhe an. Weil wir können erst zu Impa zurück, wenn wir einen der Orte gefunden haben. Das mit der Brücke. Also vorhin hat ja ein NPC, beziehungsweise nicht für euch vorhin, sondern in einem anderen Part, hat ein... Hat uns ein Dorfbewohner gesagt. Dass sie über die große Hyrule-Brücke gekommen ist. Oder sie hieß so ähnlich die. Von diesem... Von dem... Von diesem... Von diesem Ort. Von Angelstedt. Genau. Und das bedeutet, dass die große Brücke, die auf diesem Bild abgebildet ist, eventuell diese Brücke ist. Ich will sonst noch mal mit ihr reden. Hallo Pura. Na, Ben. Hast du die antiken Materialien mitgebracht? Wer ist denn Rubelo? Rubelo war mein Assistent. Er sollte immer noch am äußersten Ende von Akala die Wächter erforschen. Ich habe ihn allerdings seit 100 Jahren nicht gesehen. Kann ich dir sonst noch helfen? Ähm, nee. Ich habe nichts, womit ich dann sonst arbeiten könnte. Okay, gut. Hey! Ich war schon bei Impa. Dann bewegen wir uns einfach gerade erst mal weiter. Ähm. Richtig. Ich hatte mir hier einen Stempel gemacht, dass ich da runter gehen will. Quasi hier den Weg runter. Hier den Weg runter zum... 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 So. Zum Strand. Und die bösen Monster klatschen, die da am Strand lauern sollen. Ui, 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 ui. Vielleicht kann ich meinen Pony ja noch holen. Das ist auch ein superschöner Ort hier. Schaut euch das an. Hey! Das sieht ganz so aus, als wäre das hier wieder ein ganz besonderer Ort. Na, da möchte ich drin landen. 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 Da möchte ich drin... Na, wo ist dich da? Ui, wo ist mich nix? Dankeschön. Tschüssi. Ah, wie cool. Meine... Spurten kann ich nämlich auch. Ach, jetzt ist das Wetter schon wieder so schlecht. Nein! Ich will die Kröte da... Was ist das? Eine Flint... Flint... Flitzkröte. Da ist ein Schrein mitten im Wasser. Boah, das Wetter muss ja jetzt gerade wieder so toll werden, wa? Was zum Henker wollen das? Wow. Okay, das sieht... Das ist ja ein richtig großes, offenes Meer. Und da unten sind Palmen und alles. Hallo. Wirklich beeindruckend gemacht. Und da ist eine Insel. Eine Insel, eine Insel! Oh, da. Ah, jetzt. Ja. Gut, okay. Ich habe schon wieder eine Wasserreihe aufgeschreckt. Ja, die Monster unten am Strand besiegen. Das ist auch unsere Aufgabe. Nein, nein, nein. Ich will nur ein bisschen jagen. Ja, gut. Die werde ich nicht kriegen. Ähm. Boah, hier ist ja richtig was los in der Luft. Möwen und alles. Äh, Libelle. Habe ich gekriegt. Habe ich gekriegt. Habe ich gekriegt. Sehr gut. Was ist das da unten? Das sieht nach Knochen aus. Wartet. Ich nehme lieber... Ich nehme lieber meinen Kopf, Sammler. Es hieß, die Monster unten am Strand wären ein Problem. Was bist du denn? Äh! Was bist du denn bitte? Das ist ja nicht gerade eine schöne Überraschung. Das wollte ich gar nicht. Sollte mein... Sollte mein... Pferd kommen, dann... Selber schuld. Haha. Oh. Er hat sein Schwert geworfen. Ich konnte es jetzt nicht aufheben. Ich habe eine Fee... Hä? Hä? Was? Hä? Der hat da drauf gehauen und es kommt eine Fee aus dem Gras raus. Was? Okay, cool. Feen regenerieren mich dann anscheinend. Ein Ritter zweihänder. Okay, der macht ordentlich Damage. Exalfus. Alter, die Dinger wieder... War er da am Strand eingebuddelt, oder was? Krass. Ich weiß nicht, ob ich, als ich mein Pferd jetzt gerufen habe, bloß zu mir kommt. Nee, nee, das musste zu weit weg sein. Wo ist denn überhaupt dieser Punkt auf der Karte? Ist immer noch in Kakariko. Erinnerungsfoto. Wenn du Orte besuchst, zeig in den Erinnerungen zurück. Kann sein, dass einer der Orte dort in Kakariko ist. Es kann sein, dass einer der Orte in Kakariko ist. Ich will jetzt aber gerade mal gucken. Die Monster am Fluss, damit kann man ja nur die da hinten meinen. Gehen wir da mal hin. Schauen wir uns da mal um. Ob ich Kokosnüsse bekomme, wenn ich die Dinger hier fälle? Nur mal ausprobieren. Sieht jetzt nicht danach aus? Als ob da irgendwo Kokosnüsse dranhängen? Eine Krabbe! Eine Schwertkrabbe. Oh, eine Schwertkrabbe. Oh, eine Schwertkrabbe! Oh, und was auch immer, Krabbe! Rüstungskrabbe. Mann, wir können so viele leckere Sachen kochen. Oh, was ist da Eicheln? Aber das sind... Wieso, das sind doch... Das gibt keinen Sinn, dass das hier Eicheln sind. Was ist denn... Wie können das denn Eicheln sein? Das verstehe ich nicht. Okay, da drüben sind definitiv viele Goblins und Moblins und Boblins und Bocklins und Schnoblins. Ich meine eine platt. Aber vorher sammle ich die Kröte. Meine. Tja. Der ist leider ein bisschen stärker. Der auch. Vielleicht so. Perfekt. Hab ich das gar nicht mitgekriegt. Oh. Doch, hat er. Verdammt. Beweg dich nicht. Beweg dich nicht, wenn ich auf deinen Kopf ziele. So, zu weit oben. Alter, wieso reagiert die Steuerung gerade so schlecht? Oh, weil ich Bewegungssteuer auch nutze. Höher. Wow, bin ich gut. Das hat ja nie viel Schaden gemacht. Oh, Kacke. Ähm, haben mich jetzt alle gehört? Jo. Hallo. Tschüss. Oh, das hat er mir jetzt nicht. Na gut, da kann ich ihn wenigstens hier mit hauen. Ähm. Hätte ich gewusst, dass er gleich kaputt geht, hätte ich ihn damit beworfen. Na, komm. Richtig schön. Nee, Moment. Ich nehme jetzt mein Reiseschwert. Ich kann so spüren, dass ich so voll so ausgewichen bin. Okay. Jetzt dreht er wieder durch. Der Typ sieht richtig stark aus. Ähm. Wow. Komm her. Komm her. Komm mit. Wo ist er hin? Da ist er. Da ist er. Ja. Okay. 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 Komm her. Komm her. Wow. Alles klar. Da ist wirklich eine Kokosnuss runtergekommen. Also mit dem Kämpfen, ich mit dem Kämpfen. Wir sind noch nicht ganz so... Wow, die Medizin ist voll gut. Äh, das essen wir. Und wir essen den da. Und jetzt... Alter, was hält der denn aus? Grandios daneben gepfeffert. Nehme ich jetzt ein Reiseschwert. Nichts. Meiner. Ne. Ne, ist das meiner. Eine Palmenfrucht. Alles klar. Hier, wo war das jetzt hier da? Ja. Hast du keine Waffe? Wir sind ehrgeizt. Alter Schwede. Halt, nicht davon wehen lassen. Oh, oh. Was ist das? Scheiße, die sehen aus, als wäre sie richtig stark. Ich sehe auch keine Explosionsfässer in der Nähe. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Das sind die richtig harten Monster, die da jetzt kommen. Okay. Habe ich irgendwas, was mich verstärkt schon jetzt? Ja, das ist gut für meine Ausdauer. Also erst mal eine Kraftmedizin trinken. Ich werde stärker und das ist gut für meine Ausdauer. Müsste ich jetzt nicht... Meine Abwehr ist verbessert. Die haben die Schafe. Wow, habe ich voll in den Kopf getroffen. Aua. Wow, meine Abwehr ist ja krass viel besser. Oh, meine Stärke. Voll gut. Meins. Du Exilanz. Okay, ist nicht so wichtig. Schmeckt das! Alter, von dem Typen haben wir ja schon ein bisschen Aspekt, ne? Nimm sie weg. Oh Gott. Hörst du mal wieder auf damit? Au. Ähm. Hier ist noch eine. Tschüss. Au. Mecke meine Lanze, bitch. Oh, so viele Lanzen sind sehr schön. Alles meine. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Du brauchst eine Waffe? Guck mal, hier habe ich eine Waffe für dich. Nimm die Waffe. Guck mal, guck mal. Das ist schön für dich. Nimm die, nimm die. Nimm das Ding. Was machst du denn damit? Er ist ja traurig. Ah, gut, er nicht. Ich dachte, ich kann ihm die Bombe geben und der dann explodiert das oder sowas. Aber ich glaube, er wollte ihn ins Wasser treten oder so. Gut, den Fandom müssen wir noch erledigen, ne? Ich glaube, dafür nehme ich mal, nein, das hier. Und dann nehmen wir dafür mal Feuerpfeile in den Anus. Der brennt ja so schön. Okay, ähm, hier. Ähm. Alter, daneben geworfen. Wie kann man daneben werfen? Okay, ich nehme den Ritterzweihänder. Okay. Okay, okay, jetzt. Special Attack! Wow, wow, wow! Yes! Nice! Ein Moblinherz! Yes! Ne, Spezialattacken sind halt einfach cool. Da muss man noch ein bisschen üben, ne? Aber dann geht er richtig rund. Jetzt sind die Schafe wieder frei. Sind die schon abgehauen? Lauft ab! Lauft weg, ihr Schafe! Könnt euch jetzt entspannen. Überhaupt, denn es respawnen zwar wieder beim nächsten Blutmond, aber hey! Ich habe die Pfeile liegen lassen. Naja, wie immer. Gut. Der Dicke war gar nicht mal so schlimm mit einer Special Attack. Easy GG. Ich kann das halt mit den Special Attacks. Hm. Und jetzt ist die Kamera batteriale. Aber ich habe einen Rodonid bekommen. Immerhin etwas. Und da ist die Kamera verschwunden. Hm. Ich spiele jetzt aber weiter. Ist mir jetzt egal. Stopp! Maxidurian. Durianfrüchte stinken immer wie blöde. Aber hey! Eine Frostmelone. Wüstenhitze. Nix! Oh, Manni. Kann ich jetzt die Schafe irgendwie befreien? Hallo, ihr! Kann ich euch befreien? Was mache ich denn jetzt? Kann ich das hier irgendwie wegsprengen, sodass ihr abhauen bekommt? Aua. Das war dumm! Das war ziemlich dumm, dumm, dumm! Ich weiß nicht, wie ich die wiederholen soll, aber... Vielleicht kommen die, wenn ich pfeife. Ich habe gerade so einen Hund. Fleck hier, die ich wohl nicht gehört. Das meinte ich auch gar nicht. Ich wollte ein Schaf haben. Oh. Hat jemand Zeug gelassen. Einen Bogen habe ich schon. Hier noch etwas Spannendes. Ja, da habe ich auch ein paar Holzpfeile hingeballert. Stopp! Das hat sich nicht gelohnt. Häp! Häp! Ja, gut. Dann haben wir die blöden Boklins am Strand erledigt. Uns können Sorgen machen. Und hier gibt es sehr wohl, wenn man die Dinger fällt, coole Früchte. Hopp! Und Bämsen! Vielleicht kriege ich ja was. Vielleicht habe ich schon. Kann ich mal wieder, bitte, ein bisschen Feuer raus hier. Zack. Und das Bündel. Wunderbar. Ich dachte, es kriege ich noch mal eine Kokosnuss. Und ich hier schon den ganzen Wald rote. Ich habe schon alle Wälder geront. Alter, es ist wirklich wahr. Ich habe einfach schon alle Wälder geront. So, Seth. Naja, gut. Dann nehme ich jetzt wieder meine Arme und gucke, dass ich da vorne diese geilen Steine kaputt machen kann. Ich fange mich, ob sowas auch gespawnt. Kann man immer wieder zu solchen Orten hin, um richtig massig Steine zu holen. Hopp, 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 hopp. Uh, das hat sich gelohnt. Hopp. Auf geht's. Ähm, ja, die haben wir am Strand platt gemacht. Das sieht zwar auch so recht verdächtig aus, aber es ging ja erstmal nur darum. Ich kann mich jetzt auch teleportieren, aber es ist einfach so atmosphärisch, durch die Gegend zu laufen. Ich schwitze einen Link, dabei zugucken, wie er trotz Training und Training und Training keine Ausdauer. Wo er dazu bekommt. Ach, Link, mein Freund. Abkürzungen nehmen. Komm, wir können auch eine Abkürzung nehmen. Wir waren ja schon... Ja, wir waren schon bei dem Teich, deswegen wollen wir da nicht nochmal hin. Ich war hier hoch. Sollten wir solchen Sachen eigentlich immer unsere Ausdauermütze, die das Klettern leichter macht, tragen? Für die müsste es auch noch ein Set geben. Das wäre toll. Könnte man immer ein Set tragen? Wir haben ja hier noch keinen Setboni, von daher ist es eigentlich nicht so wichtig. Also dieses Rüstungsset, was wir haben, gibt uns noch keinen Setboni. Schade, ist aber so. Ist nicht so schlimm. Aber es wäre cool, wenn es das geben würde. Das ist schon sehr atmosphärisch und riesig, dieses Spiel, ne? Ich bin ja mal gespannt. Ähm... Da hoch. Ne, da laufe ich jetzt hoch. Ich glaube, ich bin schneller hochgelaufen als alles andere. Diese eine Tanne da, ne? Boah. Ich war eigentlich mir auch richtig... Sind die Apfelwäume da unten respawned? Oder sind das die, die übrig geblieben sind von meiner Schlachtaktion? Nein, das Wetter schlägt schon wieder um. Ich weiß immer nicht. Gib mir den... Na, dann gib mir den nicht. Das da drüben sieht sehr interessant aus. Dann müsste ich aber auf jeden Fall mein warmes Wams tragen. Mein Winterwams. Und eventuell auch, ähm, ne? Hier mich darum kümmern, ähm... Dass ich von euch was Warmes zum Nomnom habe. Ähm... Ne, mit dir wollte ich gar nicht reden. Wieso bin ich hier... Wieso bin ich hier hingegangen? Damit ich fliegen kann. Genau. Äh, damit ich fliegen kann, bin ich hier hingegangen. Huiiii. Ah, das ist aber auch schön. Die Ränder-Distanz ist so krass weit. Die geht so weit. Das ist so irre. Das ist der absolute Wahnsinn, wie weit man gucken kann. Die Sachen noch gerendert sind und dargestellt sind. Äh, es ist schon, also... Und das auf so einer Konsole wie einer kleinen Switch. Also, da sie bei anderen Videospielen ist langsam so keine Ausrede mehr dafür. Bleh. Ups. Wo spawn ich jetzt? Mist. Ja, ja, ich wollte nochmal gleiten. Ich hab vergessen, dass man ja nicht unendlich gleitet, ne. Ho, 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 ho. Leben am Limit. Ja, ja, das sind die Geldwaffsspieler, wenn es ums Gleiten geht, wa? Lalalala. Ui, hallo Opa. Ich dachte so, oh, was ein Glück, ich lande im Wasser. Hm, nicht so. Ja, das ist jetzt nicht so meins mit dem Landen und so. Habe ich jetzt hier so ein Talent für. Hallo. Ho, ho, ho. Ho, da bist du betrunken. Ho, hallo Kamerad. Du reißt den ganzen Land umher, glaube ich, oder? Da ist sich ja eine Nasenspitze an. Da warst du natürlich auch schon in Geronia und in Gerudestadt, habe ich recht. In Geronia? Wie, du warst ernsthaft in Geronia? Wie, du warst ernsthaft in Geronia? Geronia liegt nördlich von Athen und Eldin, sagt man zumindest nicht. Ja, jetzt ist es raus, ich war selbst noch nie dort. Aber ich war wirklich nicht dran, dort ist es brennt heiß. Das ist dann, wo sich umkehren, bevor ich Geronia erreichen konnte. Ich soll sowas wissen. Gerudestadt? Ah, sag ich, du warst aber nie dort. Von Athenohaus liegen Gerudestadt, weil West eine Büdoase mitten in der Gerudestadt habe ich gehört. Ja, ja, als recht, war selbst noch nicht dort. Ich habe mich durchquert, doch leider wurde ich an Tore der Stadt abgewiesen. Erster Tag habe ich gehört, dass ausschließlich Frauen die Stadt betreten dürfen. Hm. Ich frage mich, ob ich mich wohl Frauenkleider in der Eidfleisch kümmen. Wieso soll sowas wissen? Oh, Frauenkleider. Ich brauche also etwas, was mir hilft gegen Hitze und Frauenkleider. Oh. Ja, na gut, das wird sich ja arrangieren lassen. Verdammt, ich bin viel zu weit geflogen. Ich bin so dumm. Hier wollte ich hin, genau. Ich, ähm... Ups, äh... Hi. Die Schafe haben sich wieder beruhigt. Sie scheinen zu spüren, dass keine Gefahr mehr droht. Hast du dich etwa um die Monster gekümmert? So ist es. Das habe ich mir gedacht. Die Schafe haben sich wieder beruhigt. Da wollte ich meine... Wie sag ich es nur also? Danke. Es ist nicht viel, aber zumindest nimmt es auch nicht viel Platz weg. Oh, erzähl mal Milch. Nice. Jetzt kann ich ruhig schlafen. Also, ähm, wenn du magst, dann komm doch mal wieder auf ein Schwätzchen vorbei. Aber... Aber... Aber musst du nicht. Oh, Kojin mag uns. Mhm. Hi. Ah, ah. Sturm, Sturm. Apropos Quests. Nebenaufgaben. Habe ich gerade... Aktuell keine offenen Erinnerungen. Habe ich noch keine gefunden. Die verfluchte Statue. Stimmt. Das war eine Schrein-Quest. Jetzt muss ich ein Erinnerungsfoto machen, die vier Titanen finden und Ganon besiegen. Ja, das ist mein aktuelles Ziel. Machen wir dann mal, ne? Gut. Ähm. Ich würde sagen, ich guck nochmal, ob der Färbetyp vielleicht... Da stand nämlich, man bräuchte Milch. Für weiße Farbe. Vielleicht braucht man von jedem eine Zutat, um etwas weiß färben zu können. Dann brauche ich auch eine Sternschnuppe. Wir haben schon Sternschnuppen gesehen. Ganz viele sogar. Aber wir konnten auch nicht dahin, wo sie runtergekommen sind. Hm. Aber die braucht man zum Färben. Und weißen Schleim. Den kriegt man... Entschuldigung. Nur von Eisschleim. Ich habe ein Kind umgerannt. Ich bin eine grauenvolle Person. Ob man da von jedem etwas braucht? Kann ich hier Dinge auch selber herstellen? Wenn ich was von jedem brauche, habe ich viel zu tun. Das sind die Bocklenhörner. Blaue Blumen. Einen Schneestuppen-Dingsbums. Ich frage ihn nochmal. Ich meine, mehr als dann wieder Nein sagen kann er ja nicht. Weil das ist ja nicht viel. Diese 20 Rubine sind ja nicht teuer, ne? Aber das ist halt schon wieder krass. Ähm... Also... Das sieht halt alles mega cool aus. Aber ganz ehrlich, das sieht halt der Hammer aus. Diese Farbe können wir mit diesen Materialien ja erziehen. Wähle 5 davon. Oh! Ich kann! Ich kann! Oh! 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 Hippie! Anordnung! Tschüss, Girls! Ah! Halt einfach kurz still! Moment! Was? Äh... Wie jetzt? Was? Ah! 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 Oh! 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 Das ist Trishik! Diese Farbe verrät dein Unterdrück. Das war lang! Wenn du noch einmal in Umfeld möchtest, meld dich an mich! Oder wend dich an mich! Ist ja auch egal! Wir sind Assassins Creed Link! Link Auditore! Oh! Wow! Wow! Jetzt muss ich erstmal von einem voll coolen Ort ein Selfie machen! Das ist so ein bisschen nach... Hier oben die Fahne! Geh weg, Kind! Ich möchte kein Schild tragen und ich möchte eine coole Waffe tragen! Oh ja! Vor dem Turm da! Bei dem Regenwetter ein nachdenkliches Selfie! Hm... Das liegt im Weg! Verrostete Hellbade! Ich habe gehört, wenn man Dinge Schleimen entgegenspuckt... Oh, äh... Nee, das wollte ich nicht! Tschüss! Entschuldigung! Oh, ich habe Leute im Tal getötet! Hm... Sowas Blödes! Ich wollte das da drücken! So! Letzt vor drei bitte! Ja! Das ist halt mega der Hammer! Ah! Da haben wir auch die Lanze gleich! Sehr gut! Lol! Heute regnet! Oh nein! Das regnet! Alter, wir sehen halt... Wir sehen halt so gut aus! Hm... Schlechter als das, was ich da gerade habe, von daher... Was soll's! Okay, Flecky... Flecky... Flecky bleibt dann da erstmal im Stall stehen! Ja! Wir warten, bis das wieder Tag wird! Und dann würde ich sagen, müssen wir nochmal was essen! Ich guck mal, ob ich wieder irgendwo ein Feuer finde! Äh, warte mal! Da drüben war doch, glaube ich, ein offenes Feuer! Oh, guck mal hier! Die ganze Baufirma geht flöten! Tut mir leid! Aber Rupees habe ich jetzt erst recht keine mehr! So! Ich gehe dann nämlich jetzt... Bis morgens hier chillen! Wir sehen uns das nächste Mal wieder! Danke fürs Zuschauen! Macht's gut, Leute! Woah! Wir sehen uns hier mal wieder... ...köst!